Margot schnappt nach Luft, dabei weiten sich ihre Augen, bis sie nahezu das ganze Gesicht ausfüllen und sie durchbohrt Anna mit ihrem Blick, deutet in einer Mikrobewegung ein Kopfschütteln an und fährt mit rasender Geschwindigkeit aus ihrem Sessel hoch, reißt Anna am Hosenbund zu sich und zerfetzt ihr die Jeans am Körper, bis nur noch Lumpen an ihr herunterhängen. Da lautet mich doch der Affe, hast du das gesehen, hast du das jetzt gesehen, wie der da an die Nüsse greift, mit der ganzen Hand, jetzt siehst du es ja, jetzt hast du es mit eigenen Augen gesehen, der terrorisiert mich. Anne gibt nicht auf, sie hofft immer noch, auch nach so vielen Jahren, hofft Anne auf den Moment, auf den Moment, in dem Margot endlich begreift, dass sie nicht fair ist. Die Schübe kommen in kurzen Abständen, vor allem seit sie das Kind hat. Das Kind ist eine ungeheure Belastung, so unberechenbar. Sie will ja gar nicht wütend werden, sie kann einfach nicht anders. Lustig, lustig, findest du das nicht lustig? Das ist doch lustig, lach doch mal! Das ist doch lustig, 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 lustig. Und dann habe ich einen drucken Abständen, mit einem Geist, mit einem Neuen Abständen zu kommen, bei einem Geist, mit einem Geist, mit einem Geist, mit einem Geistingee, das ist doch lustig. Und dann habe ich das nicht, was ich genau so weitigauche, Vielen Dank.